Mein Name und Herr, das erste Semifinale findet auf dem Hockenheim-Ring statt. Jetzt können Sie sechs Autos sechs Runden lang wählen und dann in der Rennekorps Weltmeister ab. Stab ist freigegeben und es geht von hinten ganz mächtig los, aber Peter Zollberg kommt gar nicht aus den Stahlflöchern. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr vorsichtig zu sehen sein, dass man hier auf gar keinen Fall irgendwie in Probleme kommt. Oh, 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 oh. Nach der ersten Runde, die nach dem Kanal reingehen, Peter Zollberg geht, Joker!